So, dann kommt das Gefecht, die gibt es leider nicht, weil Flaps hat den Geist aufgegeben. Einfach so, ich weiß nicht warum. Daher ist das Schiff hier zum Gefecht. Man muss ein anderes wählen. Wir nehmen... Oh, ne. Wir nehmen uns ein gutes Samson. Ja. Und... Auf gehts. Ich stand schon im Gefecht und da kam die Meldung, Flaps funktioniert nicht mehr. Und dann... Ja. Du musst das Gefecht beenden, das Spiel schließen, Flaps wieder neu starten, in den Reihen gehen und sehen, wenn du im Endeffekt ein Gefecht... Wenn du zum Gefecht hinausgehst, ist das Schiff zwar ein Gefecht, es steht drin, aber es bewegt dich nicht. Also... Wenn ein Team gewinnt, zählt das natürlich, aber... Ja, ich kann nicht aufnehmen, wenn Flaps nicht läuft. Aber... Ja, ich kann nicht aufnehmen, wenn Flaps nicht läuft. Ich kann nicht aufnehmen. So... Wunderbar. Ein Erfolgspicket hier. die schlacht beginnt Sie sind auf sich allein gestellt Fäng dich Gegnerische Streitkräfte entdeckt 1 2 1 2 3 3 Nein! Scheiße, ich kann mich nicht bewegen. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht mehr steuern. Ich kann ja nicht mehr steuern. Ich kann ja nicht mehr steuern. Oh, das war mein Kill jetzt. Nein, das war nicht mein Kill. Oh, ich habe eine Steuer. Ich kann ja nicht mehr steuern. 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 Scheiße, Zeffi nicht. Scheiße! Ich kann ja nicht mehr steuern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das war das, was ich vorhin verloren habe, bei der Hand, ja. Da hat der Flaps den Gleis zu vergehen, da konnte ich nix für. Hab ich bei keinem Punkt, oder was? Ach so, na, wenn der Flaps voll ist, bekommen sie einen Punkt, ja. Und nun noch die Chester, die Chester ist immer gut, die Chester ist immer gut. Und... So... Die Kabel ausgespuckt... Und jetzt... Was ist die Zone einnehmen? Und ich stehe total scheiße. Aber... Ist schlimm. So... Gehen wir mal rein. Leute, ich wohne in einem Buchhaus. Also, ich wohne in einem Haus. Und das hat zwei Stock. Ich bin im zweiten Stock. Das Haus unter dem Flachdach. Leute, ich sitze genau da unter dem scheiß Flachdach. Und in der Mitte ist hier eiskalt drin und im Sommer... Leute. Ich schwitze hier drin. Es ist scheiß heiß. Weil ich genauso in einem verfickten Dach sitze, ja. So... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aua... 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 Ja, das werde ich nie schaffen, Leute. Wir machen ein normales Gefecht. Ja. Ein ganz normales schnickiges Gefecht, der Auftrag ist erfüllt, wenn die beiden Schiffe dann aus dem Gefecht zurück sind, vielleicht ein Auftrag erfüllt haben sollte, ja. 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 Alle Mann auf Gefechtsstation! Alle Mann auf Gefechtsstation! Maschinenboost aktiviert. Ich bin einfach sehr gefickt, aber es wird im Moment egal. Wir sind ja zu dritt. Da sind zwei. Ich bin hier. Und hinten ist auch noch einer. Ich bin hier. 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 Oh! Scheisse! Was ist das? Ich mach voll wenig Schaden, nur! Ich mach's mir keinen Schaden, Leute! Ich mach's mir keinen Schaden, Leute! Ein Splendermixer, ja! Ein Splendermixer, ja! Hilf mir, Mann! Ich hab' den vollen Kahn, der verdient kein bisschen Energie! Leute, was für ein Scheiß-Cheater! Das war doch ein Cheater! Ich hab' den voll beschossen! Und er hat fast keine Energie verloren! Das ist wohl ein Witz! Schlechter Witz aber nur, ja! Schlechter Witz! Schlechter Witz! Schlechter Witz! Und jetzt rein! Ist das jetzt erfüllt? Ja genau, es erfüllt. Gut, um, ja, wir gucken uns mal. Gut, um, ja. Gut, um, ja, wir gucken uns mal, 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 wir gucken uns Hier muss ich zur Kawaii gehen, das drehe ich mir auch noch nicht. Hier ist es egal. Wenn ich zu der Wic-Venis-Venis von Samson zur Wikis gehe. Dann komme ich hier runter. Bis zum nächsten Mal. Ähm, wir müssen das denn kaufen natürlich. Okay, dann müssen wir den fahren, jetzt her müssen, wird jetzt verkauft, ja, so. Dann wird jetzt die Wicke jetzt gleich mal aus. Aber erst im nächsten Part, also bis zum nächsten Mal nicht vergessen, möchtest du die immer kommentieren, teilen an mich, abonnieren, bis zum nächsten Mal, tschüss.